Ok, hi. Ich wollte einfach mal ein Video machen, weil ich ein bisschen neues Equipment habe und ja, ein anderer das machen sieht das so leicht aus. Was sagt man denn? Ich habe noch nicht mal einen Schirm für mein Licht, ich habe einfach nur voll ghetto da eine Plane von einer Softbox drüber gehängt. Ja, das wird jetzt hier wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein Peter McKinnon Style Lava Video. Wobei, der trinkt immer Kaffee in seinen Videos. Ich trinke eigentlich keinen Kaffee. War ne Spaß, da ist nichts drin. Ähm, ja. Ich will Videos machen. Das Problem ist, wie macht man Videos, wenn man in nichts gut genug ist, als dass man es filmen könnte. Zumindest nichts, was irgendwie interessant wäre für Videos. Deswegen mache ich jetzt einfach irgendwas und filme das, schneide es und dann gucke ich, was passiert. Ich probiere einfach ein paar Sachen aus. Ein paar Ideen habe ich auch schon. Viele Ideen habe ich noch nicht. Nur so Sachen, die man mal machen könnte. Ich würde auf jeden Fall mehr B-Roll Sachen machen. Vielleicht ein bisschen Mock Werbung oder richtige Werbung. Wer weiß. Ich habe ja auch schon was Großes in Planung. Es steht da. Es kommt wahrscheinlich als nächstes, wenn ich es irgendwann mal fertigstellen kann. Hm, ich hatte doch noch mehr. Fotografieren versuche ich auch besser zu werden. Also, ja. Ich finde mein Setup hier gar nicht so doof. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Video wird, aber ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ja, ich lasse mich einfach inspirieren und wenn sich das für anguckt, guckt sich das für an und wenn nicht, dann habe ich zumindest was gelernt. Ich habe für das Ganze hier auch kein Skript oder so. Ich quassle gerade einfach vor mich hin und gucke, was passiert. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Ich probiere jetzt einfach Sachen aus. Gucke, ob irgendwas vielleicht hängen bleibt. Wenn nicht, dann gibt es hier halt vieles. Weil ich probiere gerne neue Sachen aus. Dann gibt es eine Faszination und die hat man dann. Man lernt am besten, wenn man Sachen ausprobiert. Beziehungsweise auch, wenn man sie macht. Deswegen mache ich jetzt einfach. Na gut, machen wir Schluss. Auto gibt es nicht. Man sieht sich. Das sinnloseste Video der Welt. Naja, ich brabbel so vor mich hin.